Nun geht's wohl nicht ganz so gut, aber er läuft trotzdem noch die Wände entlang. Wobei es auch eine gewisse Form von Schneid. Wow. Ach, deswegen die Wände entlang. Okay, alles klar. Weil die Treppe kaputt ist. Aber wie kann ich mir einfach mal mein ganzes Inventar aus Überbleibseln von Göttern einfach zusammenziehen? Auch die Flügel von Ikaros, gut zum Beispiel, sind zwar vielleicht kein Gott. Das werden wir noch sehen. Scheiße, verkackt. Hallo? Was ist denn was? Und Dropkick, bitte? Nein! Ach, Gott. Ich weiß nicht, wie ich da provoziere, dass er seinen Dropkick macht. Oi! Ein bisschen Treffen darf ich denn auf jeden Fall offensichtlich. Nervt mich nicht. Das ist nicht mehr Spaß, Spartan! Schön mit dem Dicken getroffen. Bleibst du wohl steht! Alter! Oder bitte einmal wieder deinen Dropkick. Aber ich kann dich auch so treffen auf unsichtlich. Aber der zieht ganz schön viel ab, der Sack, ne? Nur dafür, dass er gegen mich rennt. Ich glaube, dass Spartans mit Hönner kämpfler sind. Und zwar, du möchtest mich zu töten, wenn ich keinen Weg für mich zu retten. Das ist nicht fair. Aber du hast dein eigenes Gefühl von Hönner. Right, Kratos? Und was hat diese Hönner mit dir gebracht? Ja, auf jeden Fall hat er was, was wir auch gerne hätten. Und wir haben ihn. Denken Sie aus! Lernen Sie? uniform Druck! Bein Sie? Es ist los. Sch elimzos! Chloe de others, Somit werden ecst Calma! 奇zer, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber auf der anderen Seite, wie krass das auch einfach zurückgegangen ist mit der Sensibilisierung, zumindest Sensibilität von Zensur und alles. Wenn ich jetzt mal 15 Jahre zurückdenke, im Jahr 2008, wie viele klassischen 3-Spiele einfach noch geschnitten waren. God of War komischerweise gar nicht. Aber da sind teilweise auch noch Spiele rausgekommen, die wirklich noch auch indiziert worden sind. Oder wo sie überlegt wurden, sie sagen, was in Deutschland noch rausbringen, sind ja so empfindlich. Ich glaube, so eine Problematik besteht heutzutage gar nicht mehr, oder? Klar, so ein paar alte Sachen, die halt noch indiziert sind. Die sind doch nach wie vor natürlich noch indiziert. Klar, aber es dauert halt ein paar Jahrzehnte, bis man die dann von der Liste streichen kann. Ich glaube, die alten Mortal Kombat-Teile zum Beispiel sind jetzt von Phoenix, glaube ich, runter. Aber im Grunde genommen... Alter, was für mich... Krasse, krasse Beleuchtung. Aber was man halt auch heutzutage dann auch schon überall sieht, oder wie... Was für brutale Spiele einfach jetzt auch so rauskommen, ohne dass überhaupt Gedanken darüber verschwendet wurden, oder ist das sinnvoll, das überhaupt in Deutschland rauszubringen, oder... Ähm... Ist es sinnvoll, da vielleicht eine gestellte Version zu machen? Ich glaube, so war es absolut heutzutage gar nicht mehr, oder? Oder so gut wie gar nicht. Wirklich, in seltensten Fällen. Ganz krass war es natürlich noch zu Plästchen 1 und Plästchen 2 Zeiten, klar. Aber gut. Die Zeiten sind vorbei. So. Und dein Kopf ist gerade explodiert, kann das sein. Ich würde gleich gerne mal meinen Dreieck-Konter mal versuchen, wenn er noch Lust hat, mich zu schlagen. Ansonsten... Gut. Mach ich's beim nächsten Gegner. Okay. Der ist, glaube ich, prädestiniert dafür. Aber es sieht nicht so aus, könnte ich bei dem Grot eigentlich was blocken, oder? Ha, 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 ha. Komm's. Na, ich wollte dich doch eigentlich gar nicht so toten. Oh, na gut. Top. Weg mit dem Kopf. Du brauchst was für den Kopf. Nein! Das hat er mich von meiner Scheiß-Kombo. Weggehalten. Ich halte sie aus. Zabar. Das Cap fühlt sich einfach so gut an, ne? Also man könnte meinen, ich kann das Spiel vielleicht gut, aber es ist einfach so benutzerfreundlich. Ich hab den Kreisklopf da nicht gesehen, weil die Kombo da gerade angezeigt wurde. Mein Fehler, Entschuldigung. Ich hab wirklich nicht gesehen, dass ich nochmal Kreisklopf muss. So. Der ist jetzt wahrscheinlich auch komplett durch, ne? Bombs. Bombs. Nein! Ah, jetzt hab ich 3 gedrückt. Warum drück ich den 3, wenn da 4 steht? Alter, Vater. Ich will die 25 extra natürlich bekommen. Ich bin skrupellosen Kot. Bombs. Bombs. 10 dagegen, was ein paar Jahre später rausgekommen ist, glaube ich. Äh, ja. Ist einfach mal, keine Ahnung, ungestütten hier rausgekommen. Mit allen DLCs, die es da noch gab. Und da lagen, weiß ich wie viele Jahre dazwischen, also bestimmt auch schon so 5, 6 zwar, aber das zeigt schon, äh, wie krass sich das geändert hat, finde ich. Und ich find's halt wirklich auch nicht schlecht. Weil, ich war aber auch immer jemand, ich kam mir mit super zurecht, ne? Also, weder hat mich das verstört, äh, noch hat mich das irgendwie in einer Form negativ beeinflusst, dass ich jetzt denke, okay, ich muss jetzt Leute quälen oder Eingeweide auseinanderrumpfen oder sonst irgendwas. Weil es ist genau wie bei Filmen, ey, das hier ist ein Spiel, das ist ein Medium, ne? Wenn's halt so dargestellt ist, ne? Klar, auch grad übertrieben dargestellt, dann ist es halt so. Aber, das macht das Spiel jetzt für mich weder schlechter noch besser. Blöd find ich halt nur, äh, wenn das einer der wenigen Spielelemente ist, ne? Wenn's wirklich nur darauf ausgelegt ist und der Rest des Spiels ist eigentlich total scheiße. Äh, und das deswegen, äh, keine Ahnung, davon, oder reden, oder davon geredet werden von dem Spiel. Äh, und dann vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommt, das eigentlich gar nicht bekommen sollte, weil das Spiel halt immer noch scheiße ist, ne? Was? Aber gut. Aber das ist hier bei God of War auf jeden Fall nicht der Fall, finde ich. Das ist einfach, das Gesamtbild ist extrem. Kurzweilig, geile Mucke, geile Grafik. Das Feuer des Olympus. Superinteressante Geschichte, finde ich. Ah, das sind die Musen. Kann das sein? Und das, ah, das ist das Rad der Bürde. Behaupte ich mal. Äh, speichern werde ich jetzt noch nicht, weil irgendwo waren hier doch Bogenschutz. Ich hab's doch genau gesehen. Hi. So. Vielen Dank.